Yo Leute, und ihr seht richtig, ich mach heute noch ein Video. Eventuell mach ich auch so viele Videos, bis ich die Türbe heute durch hab, denn ich weiß nicht, ich bin grad voll in Zelda-Laune. Und wir spielen Zeldas Wing Lied und dann beginnt die Fähre anzufahren. Die Fähre fährt. Los, Kuchel. Oh mein Gott, Glöckchen. Woo. Woo. Oh yeah, ist das cool. Ne, ich mein's ernst, das ist echt cool. Aber Leute, wisst ihr was, der Schatten-Tümpel ist zwar total easy, oder erscheint euch wahrscheinlich grad so total easy, und ich find ihn auch nicht so schlimm. Na gut, vielleicht kommt jetzt noch was super Schlimmes, was mich aber auch nicht großartig stören würde. Äh, denn, naja, wenn der Geister-Tümpel anfängt, hab ich einen Scheiß, denn der Geister-Tümpel, der ist richtig schlimm. Lass dich treffen, du Penner. Alter, was killst du mich fast? Ah, ah, ah. Boah. Sterb, 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 sterb. Nein. Nein. Boah. What the? Boah, Leute, Leute, boah. Bin ich geil? Ey, bin ich geil oder bin ich geil? Boah. Boah. Uh. Oh, jetzt brauch ich aber irgendwie Energie. Oh, guck mal, Link, der ist schon ganz K.O. Oh, mein Gott. Oh, der ist aber ganz schnell. Waah. Oh, bitte lass dir Herzchen sein. Link, das Schiff singt. Spring ab und rette mich auf Westmon. Habe ich schon lange gemacht. Oh, mein Gott. Ich hasse dieses Piepen. Ich glaube, ich setze gleich eine Fee ein. Ja, ist mir scheißegal. Ich setze jetzt erstmal schnell eine Fee ein. Ja, Leute, ich bin nicht gestorben. Ihr könnt nicht sagen, dass ich irgendwie... Ne, Leute, ihr könnt nichts sagen. Ich bin nicht gestorben. Alles ist cool. Ja, ich habe noch zwei Fee, falls ich doch irgendwann nochmal sterben sollte. Aber das ist ja nicht schlimm. Und... Peng. Oh, bin ich böse. Ich bin ja so böse. Ich mache so eine Statue kaputt. Peng. Oh, mein Gott. Bin ich gut. So, ich glaube, ich muss jetzt... Die Tür da drüben muss ich jetzt aufmachen. Und das konnte ich irgendwo hier machen, wenn ich mich recht erinnere, aber... Naja, wann erinnere ich mich mal gut? Ah ja, ich erinnere mich an die Stelle. Ähm... Hier war irgendwo was. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ah, warte mal. Ich gehe einfach mal hier hin. Und dann spiele ich dir mit der Zeit. Von hier aus. Na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Wow. Und da war es. Das ist auch richtig. Yeah. Geil. Okay, Leute. Ihr habt richtig gesehen. Da unten war was. Wah. Ein Auge. Oh, mein Gott. Es guckt mich an. Peng. Ich will keine Magie verbollern. Wah. Äh. Ah, ja, genau. Irgendwie. Ähm. Muss ich mir jetzt da hochschießen. Und hier oben ist der Schalter. Genau, genau, genau. So war das. Habe ich es nicht gesagt. Ich habe das doch gleich von Anfang an gesagt, ne, Leute? Ja. Richtig so. Aber da brauche ich keinen Schlüssel, aber... Naja, ist ja egal. So, und dann muss ich hier hoch. Wow. Aber doch, ey, mir fällt auf, wir sind schon ziemlich weit. Und mit ziemlich meint... Ziemlich meint? Ne. Mit ziemlich... Aua. Mit ziemlich weit meine ich auch wirklich ziemlich weit. Und jetzt kommt ein doofer Raum, Wetten. Hab ich es nicht gesagt. Ja, okay, aber... Irgendwie ist der Raum ganz anders als damals. Ist ja auch egal. So, ich muss... Ach, ne, oder? Ne, 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 ne. Ja, du, stirb. Peng. Ja. Okay, halt, ich gehe einfach mal hier rein. Was haben wir hier? Äh. Ach so, mh. Ja, Leute, ich glaube, ich weiß, was hier war. So. Dann kommt hier was. Haha. Komm her, mein lieber Freund. Mein lieber Freund, der Höhrenreißer. Okay. So, wo ist der Nächste? Ah, da ist er. Uh. Attacke. Wow. Ja, Leute, so killt man Höhrens... Höhrensauger. Oh mein Gott. Ich mach mir mal einen kleinen Spaß hier. Haha. Lol, guckt euch den mal an. Ja, los, komm her, hier. Kopf runter. Alter, mach den Kopf zu. Wow. Nein, was mach ich da? Scheiße. Und da halten ist der Nächste. Wow. Volltreffer. Ha, ha, ha. Und er ist tot und ich hab volle Magie. Geil, ja. Eine weitere Kiste ist ja schön. Yeah, aber ey, ich mag dieses Kreuz und das Blut hier nicht. Aber doch, da haben die sich echt mal was einfallen lassen. So. So Kreuz und so ein Blut, ey. Sowas bei Zelda, ey. Bei einem Spiel für Kinder ab sechs Jahren. Sowas zu zeigen, ey. Lolz. Und du gefällst mir gar nicht. Yeah. Ich sag mal eins. Außer Gefecht gesetzt. Oh nein, das hört sich gar nicht toll an. Ah, der Raum, den kennen wir doch. Wie schön. Wir haben nur noch drei Bomben. Und da oben sind Donnerblumen. Geil. Warte mal, Leute. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt's hier echt nur Robine. Na, werden wir ja gleich sehen. Wah. Scheiße, das war kacke. Ich probier's nochmal. Huh. Ach, Mann. Oh, also irgendwie hab ich kein Timing mehr. Huh. Jetzt aber. Peng. Yeah. Ha. Ja. Mann, bin ich gut. Und ich muss jetzt gucken. Ach ja, ich hol einfach schon mal. Und ich hab, ich merk grad, das war ein bisschen doof. Wah. Geil. Ne, das muss ich ein bisschen besser koordinieren. Ja, jetzt kann ich's nehmen. Und jetzt wird geschmissen. Ha. Geil. Boom. Ah ja, wusste ich's doch. Hier gab's nur Robine, so'n Scheiß. Naja, egal. Ist egal. So. Gehen wir weiter zum nächsten Raum. Oh, ne, ich dusche schon wieder. Was, da brauchen wir einen Schlüssel, aber... Wo bekomm ich denn jetzt noch einen Schlüssel? Ja, toll, da sind zwei Dinger. Was? Wo soll ich jetzt einen Schlüssel bekommen? Leute. Leute, ich bin... Ich bin verwirrt. Hier irgendwo muss noch ein Schlüssel sein. Sag nicht, dass... Ach, fuck. Ey, ich glaub, hier drin kriegt man irgendwie nochmal einen Schlüssel, aber... Mann. Nicht gut. Was ist, wenn ich dich haue? Äh, dich abschieße? Stirb, stirb. Naja, okay, alles klar. Äh. Ich guck einfach mal, ob ich hier irgendwie irgendwas machen kann. So, und... Ach, fuck. Fuck. Magie. Es gibt Magie. Hallo. Yeah. Magie für Link. Für Link. Für Blackie. Für Blackie the Link. La 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 la. Und... Es geht weiter. Ha ha ha. Scheiße. Ähm. Das war ja sogar viel mehr als scheiße. Wah. Wuh, voll Treffer. Oh, nochmal Magie. Wie schön. Wah. Juhu. Volltreffer. Ah. Äh. Äh. Wieso? Wie kommt der? Was? Hier waren... Aber der Schlüssel, der war am Anfang noch nicht da, oder? Nee, ne? Nee, oder? Nee. Nee, nie im Leben. Nie im Leben war der schon da. Wah. Okay, lol. So, wir sind jetzt im letzten Raum und... Feuerwände. Feuerwände. Interessiert mich nicht. Die werden jetzt getotet. Totgedingst. Wah. Bums. Fuck, ich hab Feuerflare-Mäuse gebastelt. Oh, die Feuerflare-Mäuse sehen cool aus. What? Wieso so viele? Ach, ist ja egal. Ganz schnell. La 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 la. So. So, zack. Ich hab jetzt eigentlich alles. Na 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 na. Und am besten nochmal ganz schnell nachgucken, was hier ist. La 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 la. Robine. Cool. Yeah. Okay, Leute. Gut. Im nächsten Video wird's weitergehen. Also sag ich bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.